Das weiß ich nur, weil ich früher im Fernsehen geschaut habe, die Prunksitzung, habe ich nicht mehr. Wenn ich euch alles so sehe, frage ich mich auf was wir in Deutschland auf 18. Die Polizei macht jetzt ihre erste Durchsage und solange sind wir angehalten worden, kurz nicht zu sprechen, das machen wir natürlich. Insofern bitte achten Sie auf die Durchsage der Polizei Köln. Muss ja was ganz wichtiges sein, ne? Muss ja ganz wichtiges sein. Denn wir sind kölnische Menschen, am Spitz der Blitz der Mann. Wir lassen uns nicht dran fummeln, wir lassen keine dran. Und jetzt die Polizei! Wir sagen wir! Wir bei dir! Wir bei dir! Wir bei dir! Aber ich kann das noch mal gerne sagen. Ich habe aber nicht eine Befreiung. Können Sie gar nicht mehr? Keine Diktatur! Frieden! Freiheit! Keine Diktatur! Übernimm mal kurz. Freiheit! Keine Diktatur! Rödi! Frieden! Heil Jugend! Heil Jugend! Du hast tot. Würdi bleib mal zurück. Ja ich will dir mal eine Befreiung zeigen. Ja die Frage wählt sich doch. Ja die Frage wählt sich doch. Für das deutsche Pfarrerland. Da hat uns alle stehen, Brüderlich mit Herz und Hand. Heilig sein und Recht und Heilig sein. Für das deutsche Pfarrerland. Für das ganze Liebesmütters, für das deutsche Pfarrerland. Blüh im Glanze, die es rücket, für deutsches Pachtal. Oh Gott, wir sprechen! Und das war es Pachtal.